Liebe Studierenden, Sie sind jetzt im klinischen Studienabschnitt angekommen. Und jetzt geht es mitten rein in die Beziehung zwischen Arztin und Patientin. Wir machen Ihnen ein Unterrichtsangebot in Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin. Ein Querschnittsfach. Wir begleiten Sie über den gesamten klinischen Studienabschnitt. Es beginnt mit Unterricht zur historischen Funktion der Medizin, zur Geschichte der Beziehung zwischen Arztin und Patientin, zu Krankheits- und Gesundheitsbegriffen. In den nächsten Semestern werden wir vor allen Dingen auf ethische Fragestellungen eingehen. Sie begegnen uns etwa im Modul Gynäkologie und Geburtshilfe oder aber auch im sechsten Semester, im abschließenden Modul, in dem Sie rekapitulieren, was Sie alles gelernt haben. Und wir bieten Ihnen Unterrichtseinheiten an, etwa zu der Frage, wie gehe ich mit einem sterbenden Patienten angemessen um? Welche Entscheidungen sind da zu fällen? Welche Rechte hat mein Patient, meine Patientin? Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein. Wir möchten am Ende Ihnen dazu verhelfen, in der Praxis ein guter Arzt, eine gute Ärztin zu sein.